Okay, dann tu ihn ja. Dann haben wir schon mal einen Ahnatzpunkt und such mal kurz, weil der würde ich echt gerne helfen. Gibt dann wahrscheinlich noch ein paar helle Seite-Punkte und mein Gott, ich meine darf ja auch ruhig mal der Gute sein. Na, ist das Schwert. Das sind die beiden, die ich ausgerustet hab, ne? Genau. Dann machen wir das mal. Kristall... Oh Gott, Angriffs-Bondus 3. Angreifen. Angreifen plus 1, Schaden plus 1. Angriffs-Bondus scharf. Energie. So ist das, glaube ich, ganz gut. Der meint, es ist nach seinem Fundort, dem Wüstenplaneten... Äh... Aber lohnte Anschaffung. Er überzeugt einen gleißenden Energiestrahl, der jeden Gegner schwere Verletzungen zufügt. Trueo, klingt interessant. Das Doppelte hat auch noch nichts. So. Was? Nein? Oh, na. Der Bastilla schon damit kämpft, dann rüsten wir das auch gescheit aus, auf jeden Fall. Äh. Das muss ich mal über... Achso, ja, stimmt, Quatsch. Die andere hat ja auch nochmal zwei Lichtstrahl. Das sind dann die beiden von, ähm... Jolie. Davon hab ich nichts mehr, davon auch nichts mehr. Okay, dann passt das so, komm. Ja, Bastilla und ich sind das natürlich immer am besten ausgerüstet. Passt auch, würde ich sagen, was geht denn da ab? Boah, Lichtstrahl ist schon echt cool. Quack. So. Pfff, den nehm ich denn hier mit? So, komm, passt. Lade. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die Leute hier mal ausfragen können. Oh. Äh. Äh, Bewusstsein hat der, Talente. Der hat ja eine Schusswaffe. So, äh, nicht automatisch. So, Fähigkeiten. Talente. Wie schon gesagt, der hat ja Schusswaffen, von daher rüsten wir den darauf aus. Stärke, Geschicklichkeit, Verfassung, Intelligenz, Weisheit, Charisma. Oh. Ach, verbleibende Punkte habe ich auch nur noch einen. So, ein bisschen Bewusstsein. Kann dir schaden? Zwei Punkte Schaden bei Angriff mit Blastergewehr. Ist wieder sowas Dauerhaftes, ne? Äh, wo? Äh? 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 Es geht ab hier. Hallo? Seid gegrüßt, Mensch. Tutatet mir, euch eine Frage zu stellen. Oh, fahrt fort. Ich vertrete einen der menschlichen Bürger von Dantooine namens Rundil O'Sulem. Seine Farm wurde in den letzten Jahren immer wieder von meiner deutschen Bündnerin überfallen. Sie haben vor einigen Jahren seine Tochter entführt. Seitdem ist sie verschwunden. Wisst ihr zufällig, wo sie ist? Ja, ist Sascha. Ja! Also, meine Fresse. Geh, geh doch. Weißt du? Wir landen so. Dann dauert es so eine Minute und wir finden sofort einen Typen, der weiß, wer sie ist. Hat, hat ewig lang gedauert, Leute. Ist auf jeden Fall richtig realistisch. Jetzt nach einer Minute direkt. Mann, hat das lang gedauert. Naja, was. Auf meinem Schiff gibt es einen blinden Passagier namens Sascha. Das sind sehr aufregende Neuigkeiten, Mensch. Seid ihr euch sicher? Kommt doch an Bord und seht sich euch an. Ich betrete nurweise keine Schiffe, setzter mal Fremder. Aber, aber vielleicht mache ich an diesem Fall eine Ausnahme. Seid ihr sicher, dass es der Mädchen Sascha ist? Ja, sie spricht nur Brückstück auf Mandalorianisch. Aber ich konnte sie verstehen. Ihr habt mich überzeugt, Mensch. Euer blinden Passagier ist das Mädchen. Das ich suche, darf ich zu ihr? Darf ich zu ihr? Sicher, ich bringe euch in mein Schiff. Dann lasst uns jetzt mit zu ihr gehen. Ich sehne mich zu sehr danach, sie zu sehen. Äh, okay. Hättest du auch einfach mitkommen können? Obwohl du älter geworden bist, glaube ich, dich wiederzuerkennen, mein Kind. Ich bin hier, um dich zu deinem Vater zu bringen. Ah, Raffinov, hat recht. Du hast tatsächlich einen kleinen Sprachfehler. Aber ich bin sicher, dass sich das beheben lässt. Ruhig, mein Kind. Ich bringe dich nach Hause. Der hat schon Angst. Äh, äh. Lur Aka na Batz. Äh, okay. Raffinov. Vielen Dank für eure Hilfe, Mensch. Ich bin sicher, dass die Eltern des Mädchens euch auf ewig danken werden. Ja, das denke ich auch. Und helle Punkte erhalten. Und wir haben es alle dicht. Ja. Ja, ja, cool. Ja. Das ist echt cool, dass wir das geschafft haben. Und da verschwinden sie. Ja, ist doch gut gelaufen. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal schnell nach draußen. Ich will jetzt da auch nicht zu lange wieder rumhängen. Boah, die Mission müsste ich auch ewig hochleveln können. Aber ich nehme jetzt einfach mal Cars mit. Ähm. Ich frage jetzt nochmal die Jedis hier aus. Und dann fliegen wir eventuell schon auf den nächsten Planeten. Muss ich wieder aufpassen, weil ich diese ganzen Zwischensequenzen noch einschneiden muss. Muss ich mir immer ein Gedächtnis bewahren, dass ich das später nicht irgendwie vergesse oder so. Guten Tag, guten Tag hier. Erfolgreich zurückgekehrt. Ich frage mich auch, ob wir dann irgendwann mal zum Jedi, also zum richtigen. Wir sind jetzt nur ein paar da waren. Wobei ich stark annehme, dass wir zum Jedi befördert werden. Beförderung ist jetzt eher schlechter Ausdruck. Hallo. Angeblich haben die Sith schon wieder eine Flotte der Republik vernichtet. Ich frage mich, wie lange die Republik noch besteht. Oh. Ach ne, warte, jetzt sind die Räume. Von den ganzen Leuten, die sich hier die ganze Zeit beschweren. So, wir haben natürlich ein Stück Jedi-Ruban. Ich glaube von dem getöteten Jedi. Richtig schön. Wir beklauen einfach alle. Weißt du, richtig alle. Wenn einer stirbt, dann bestehen wir den einfach. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich grüße euch, junger Pader. Hallo. Seid ihr hier, um das Wissen der Vergangenheit zu suchen? Denn wer aus der Vergangenheit als Kronist der Akademie... Ja. Ja. Okay, die haben also anscheinend auch nichts Neues für uns. Ihr dürft bei eurem Auftrag nicht scheitern. Findet die Sternenkarte. Naja, ja. Okay. Möge, die macht mit durch sein. Hat uns auch schon gesagt. Ja gut, dann haben die auch nichts Neues anscheinend. Ja gut, dann können wir uns auch gleich eigentlich wieder verschwinden. Ich dachte, die sagen irgendwas, weil wir noch ein Stück gefunden haben, aber nö. Ich denke, wir machen uns jetzt einfach auf den nächsten Planet auf. Ist jetzt natürlich die Frage, auf welchem Planet ich mich jetzt aufmachen sollte. Ich glaube, ich gehe jetzt auf Tantuine. 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 Ja, ich denke, ich werde nach Tantuine gehen. Ist, denke ich, jetzt die beste Idee. Ihr habt etwas Großes geleistet. Eine von uns hat sich verirrt. Achso, ja. Gut. Stimmt. Die ist jetzt auch bei uns dabei. Da werde ich jetzt gar nicht lang. Äh, hier geht's raus. So, ich dachte, irgendwie die reden nochmal mit uns oder geben uns irgendwelche Informations, aber nee. Hallo. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis uns die Sith hier finden. Ja, da kann man ja auch was dagegen machen. Außer hier den ganzen Tag rum zu chillen. Ist natürlich ja ein ganz nettes Fleckchen, aber... Laden. Oh, speichern. Nervöser Zeigefinger. Äh, ja, würde ich mich fast nach Tantuine aufmachen. Ich will die ganze Zeit Tantuine sagen. Irgendeine Tantuine. Aber es ist natürlich Tatuine. Oh, nicht wundern, Leute. Da kann auch sein, dass ich manchmal ein bisschen verpeilt bin. Also, weil ich halt manchmal verpeilt bin. Deshalb. Hallo. Ähm. Die beiden Hengi, weißt du, die stehen einfach den ganzen Tag im Cockpit rum. Die stehen da einfach den ganzen Tag. Ist gar kein Problem. Wir sind auf Tatuine. Kajik haben wir soweit abge... Ja. Abgefrühstückt, sag ich mal. Ich würde fast nach Tantuine gehen. Gelände, Wüste, Schluchten, einheimische Rassen, Jawas. Oh, Sandleute und Jawas. Ach, du Heilige. Das wird ja interessant. Folgendermaßen. Ja, da bin ich wieder zurück. Die einen oder anderen mögen sich wundern. Hä, wieso kam jetzt keine Landesequenz? Und bla. Äh, liegt da, dass eben das Spiel abgestürzt ist. Ganz komisch. Bin nach Tantuine rübergeflogen. Oder wollte rüberfliegen. Ähm, und als ich es dann ausgewählt hatte, quasi. Und als die Zwischensequenz dann angefangen hat, ist das Game abgestürzt. Ganz seltsam. Ähm, werde ich jetzt, ich werde ich jetzt mal gucken. Ich wollte jetzt sowieso. Äh, nach Manan will ich jetzt erstmal fliegen. Hat seine Gründe. Also nach Tantuine werden wir jetzt nochmal später gucken. Ich weiß nicht, ganz komisch. Äh, vielleicht ist es jetzt auch besser. Wir gucken, ob, wir gucken jetzt einfach mal, ob es geht. Ich hoffe einfach mal. Ich hab jetzt, äh, also ich hatte eh schnell Speicher gemacht. Also wirklich ist es alles, wie es war. Ich bin ja direkt, als ich ins Schiff gegangen bin, hab ich sofort schnell Speicher gemacht. Das heißt, das passt wirklich. Hab auch nochmal normal Speicher gemacht. Das heißt, äh, alles ist wirklich tutti-futti. Ist wirklich nichts passiert. Und wir reisen jetzt erstmal nach Manan. Das heißt, äh, alles ist wirklich nichts passiert. Das heißt, äh, alles ist wirklich nichts passiert. Das heißt, äh, alles ist wirklich nichts passiert. Eine andere Vision. Die Macht leitet uns. Sie hilft uns, die Schritte von Malak und seinem alten Meister aufzuspüren. Wir kommen der Sternenschmiede immer näher. Merkwürdig, dass ausgerechnet hier eine Sternenkarte entstanden sein soll. Manaan ist im Prinzip ein riesiger Ozean. Manaan. Es kam mir so vor, als wäre die Sternenkarte unter Wasser. Weil hat das Land einst über der Oberfläche? Ich weiß nicht, Zwischensequenz haben wir gesehen. Der größte Teil des Meeresbodens ist so gut wie nicht kartografiert. Aber von den einheimischen Zellkarten nicht. Aber wie sind Rewan und Malak dorthin gekommen? Wenn wir erst wissen, wo die Sternenkarte ist, werden wir klarer sehen. Ja, eine Möglichkeit werden sie ja wohl gefunden haben. Und naja, wir wissen ja, Rewan und Malak, beide sehr mächtige Sith Lords. Also bestimmt unter den Mächtigsten, ganz klar. Und die werden auch ganz garantiert eine Möglichkeit gefunden haben. Ey, kurze Erklärung, das muss ich kurz erwähnen. Denn ich habe hier eben quasi den einen Clip wieder reingeschnitten, wo ich dann kurz erklärt habe, dass das Spiel ja abgestürzt ist. Nach der Sequenz, da, also ne, ich habe ja Manaan jetzt ausgewählt, den Planeten. Also ich war auf Dantoine, wollte auf Manaan und nach der Sequenz ist das Spiel abgestürzt. Die Sache war die, dass ich, ja, dass, oh Gott, wie soll ich das jetzt erklären? Das war ganz komisch. Auf jeden Fall habe ich ja dann probiert, nochmal, glaube ich, auf Manaan zu fliegen. Mein Kurzer Gedächtnis ist echt super. Dann ist das Spiel wieder abgestürzt. Also nachdem ich es dann halt erklärt habe und drauf gedrückt habe, ist das Spiel dann nach der Sequenz wieder abgestürzt. Dann bin ich wieder aufs Spiel zurück und habe mir gedacht, ich fliege jetzt mal auf Kajig und von Kajig aus darauf. Ich weiß, es macht an sich ja keinen Sinn, dass ich von Dantoine, auf dem Planeten, wo wir eben noch waren, von da aus nicht direkt auf Manaan kann. Das macht natürlich keinen Sinn, aber ich dachte mir, ja komm, probierst du es halt aus, schalen kann es nicht. Okay, habe ich halt wieder gedrückt und dann kamen wieder die Zwischensequenzen, die habe ich dann übersprungen. Dann war ich auf jeden Fall, da war ich auf einmal in der Luftschlacht, also dann kamen wieder solche Flieger angeflogen. Das hatten wir auch schon mal, es war jetzt nicht wichtig. Die habe ich dann schnell erledigt, dann kam wieder eine Zwischensequenz und dann war ich auf Kajig. Auf Kajig habe ich wieder gespeichert und von Kajig bin ich auf Manaan und es hat funktioniert. Muss man dazu sagen, es ist einfach sehr problematisch, weil das Spiel einfach nicht so gut kompatibel mit Windows 7 ist. Es gibt schlechtere Spiele, also es gibt echt Spiele, die kriegst du gar nicht mehr auf Windows 7 zu laufen, was dann echt schade ist, da es auch diese Service-Pakete gibt eigentlich, die sowas verhindern sollen. Aber man kennt ja Windows, sorry, ich muss es aber sagen, bei Windows funktioniert einfach nichts. Also ich, ja klar, Internet Explorer ist jetzt eigentlich eher ein schlechtes Beispiel, aber da merkt man schon, dass die nicht wirklich sehr perfekt alles programmieren. Also auch Windows ist an sich eigentlich ziemlich schlecht programmiert, wenn man so sagen kann. Klar, ich benutze es auch, ich beschwere mich jetzt auch nicht gerade lauter als darüber. Es gibt ganz klar, für Windows wird das meiste Zeug hergestellt und ich meine, mein System läuft auch relativ gut, aber es ist halt doch scheiße programmiert in dem Sinne. Vom Aufbau her und so, alles eigentlich ziemlich gut, aber an sich halt scheiße programmiert. Und ja, es gibt halt Kompatibilitätsprobleme und ich bin jetzt echt froh, dass es geklappt hat, denn wie gesagt, nach den Zwischensequenzen, wenn ich von Dantuine direkt auf dem Manaan fliegen will, hat es nicht funktioniert, keine Ahnung was das soll, könnte in der Zukunft auch öfters vorkommen, aber okay, ich meine, diese Luftfahrten, die machen wir ja wenig, also ich meine, wir fliegen ja irgendwo hin und dann sind wir auf dem Planeten erstmal ein paar Stunden, also ist ja nicht so, dass wir irgendwie tagelang auf dem, also wir tun jetzt nicht irgendwie jede Folge einmal mit dem Flieger fliegen, ganz klar, also ich meine, das Problem werden wir selten haben. Okay, aber ich wende damit auf die Episode, es tut mir echt leid, das war jetzt echt nur noch reines Gelaber. Ähm, ja, aber ich denke, wir sind jetzt auf, wir sind auf dem Planeten Manaan angekommen, hat alles funktioniert, sah echt nice aus die Zwischensequenz. Das Problem ist, dass es für mich ziemliches Gekatte wird, denn wie schon gesagt, die Zwischensequenzen werden nicht aufgenommen, ich musste ja nach alle einzeln suchen, ich musste wirklich aus dem Ordner suchen und dann umkonvertieren, weil ich die so nicht benutzen kann, die haben dann ein eigenes Format und die muss ich dann quasi alle einschneiden, die sind dann meistens immer ein bisschen fehlerhaft, aber damit muss ich leben, Hauptsache ihr habt die Zwischensequenz und Hauptsache das funktioniert so halbwegs, aber ich beende jetzt die Aufnahme zweieinhalb Stunden jetzt wieder, äh, davor hatte ich ja auch schon mal zwei Stunden aufgenommen und dann zwischendrin nochmal 40 Minuten, das heißt, das sind jetzt fünf Stunden und 40 Minuten, also, ähm, warte, fünf Stunden und 40 Minuten, warte, stimmt das? Ne, das stimmt irgendwie nicht, zweieinhalb Stunden, vier Stunden, das wären jetzt vier, ja, vier Stunden, warte, ich kann gerade nicht rechnen, fünf Stunden und zehn Minuten oder sowas, ja, das war es, fünf Stunden und zehn Minuten, das ist echt viel, das werde ich jetzt erstmal durchcodieren müssen, weil, äh, die Folgen eh bald raus müssen, das reicht jetzt aber auch wieder ein bisschen, aber egal, wir sehen uns dann wieder, der nächsten Aufnahme, wie schon gesagt, werden jetzt immer so lange sein, denke ich mal, wobei, das hat mich echt, äh, an der Laune, also, das hat echt Laune gemacht, mit dem Quiz da bei der Sternenkarte, wo der uns ausgefragt hatte und auch als wir diese blinde Passagierin hatten, das, das hat echt Fun gemacht, das wäre echt eine coole Idee vom Spiel, okay, nächste Aufnahme, dann sind wir hier auf dem neuen Planet, ich bin sehr gespannt, ich war hier noch nie, wie schon gesagt, ähm, ja, ich, keine Ahnung, wie es hier aussieht, ich stelle mir das schon relativ cool vor, auf jeden Fall, ich gehe jetzt schon mal zum Ausgang, dass wir hier am Start sind, wenn es losgeht, und damit würde ich sagen, beende ich die Aufnahme, vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Episode, bis zur nächsten Aufnahme, und dann noch ein herzliches Tschüssi.